Halt da voll rein jetzt die ganze die nächste Spawnwelle kommt aber bestimmt gleich der ist da hinten irgendwo da hinten spawnen sie irgendwo dahinten beil dich pass auf Johnny da bei der Hecke da kommen sie manchmal auch rausgebrochen ich hab den Spawn weg ich räum hier grad so auf in dem Graben man ich hab hier grad drei oder vier Leute gekillt oh das klingt doch mal irgendwie hier hab noch einen wo liegt der denn? mitten im langen Gang da ein paar Granaten rein oder so ey ich hab da vier oder fünf Leute grad gekillt einen hab ich noch mit dem Pistol der liegt einfach in diesem langen Gang wer kann wirft Granaten ne ich glaub wir sind alle da